Herzlich Willkommen zurück! Dup 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 Die Steuerungserklärung ist nun im Bereich bla bla, ich finde selbst heraus. Yeah! Kannst du nicht einfach dafür sprechen? Oh schade. Gut. Äh, okay. Okay, nötig das Tor. Feinde! Feinde! Ah! Ah, muss drüber fahren! Schade. Gut, da geht's wirklich lang. Oh mein Gott! Warte, 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 da ist so... so ein Wendehammer. Stimmt, dass da irgendwas cool ist. Tut mir leid! Entschuldigung, Sie sind... Idiot. Ist hier irgendwas cooles? Nö, nur ein Wendehammer. Ich dachte, hier könnt ich wieder irgendwas entdecken. Warte, ich kann das umbringen und dafür Erfahrung kassieren? Ich hab jetzt nicht auf meine Erfahrung geguckt. Nö, gell. Nö, schade. Da ist wieder irgendwas rotes für Munition wahrscheinlich. Nö, muss ich auf die laufen oder wat? Ich lauf einfach. So, ich hoffe die Pistolen reichen. Halten Sie LB gedrückt und drücken Sie die Aktionstaste, die Ihrem Ultraschallepult dazu weisen gewiesen ist, um die Natterwülfe für eine Zeit zu vertreiben! Klar. Shit. Hä? Hab ich doch gemacht. Achso! Ja, ja, ja. Alles klar. Jetzt noch. Ihhh. Nein, ich will, ich will... Lara Croft Action! Ihhh. Ey, was ein Idiot, man! Ich will doch... Hä? Was ein Shit, man! Nehm ich eben die hier. Ist mir doch scheißegal. Ich kann auch die Knarre nehmen von mir aus. Scheiß, Mann! Oh. Warum sollte man nicht kämpfen? Man findet Munitionskisten und kriegt Erfahrung. Was für Pflanzen? Ne, also dafür nehme ich die Lara Croft. Äh. Okay, die scheinen sehr schwach zu sein. Dafür sind die... Äh. Alles klar. Ey, die zum Ausweichen hier, ist mir schon bewusst. Ich bin hier schon rumgeflogen und so. Äh. Yeah! Ey, wie easy! Da kriegt man einfach Erfahrung, wenn man auf so eine Pflanze schießt. Hallo? Wie geil! Andererseits ist es zu langweilig. Das heißt, ich gehe jetzt einfach mal weiter. Äh. Da nach rechts. Ich gehe jetzt mal wieder. Ich gehe jetzt mal wieder. Iiii. Yeah! Like a boss! Oh, yeah! Hinter mir? Was willst du, hä? Aufs Maul oder was? Ja, die haben mich doch gar nicht berührt. Was ein Scheiß! Ja, die haben mich doch gar nicht berührt. Also die Waffe hat es in sich, wie es aussieht. Die berühren mich doch gar nicht! Gut, das finde ich jetzt ein bisschen scheiße. Wie das ist mit dem Schaden her. Ich sehe nicht mal meine Leben. Wahrscheinlich links ist. Weiß es nicht. Der hat mich nicht berührt, der Wichse. Oder bin ich zu blöd? Der hat mich doch nicht berührt, so wie ich das gesehen habe. Oh mein Gott, wir müssen ihm helfen! Lass ihn in Ruhe! Ihr Unholde! Äh, ich bin auf dem Weg. Au! Arschloch! Ja, RDA. Aufnehmen. Sammeln Sie 10 Zellproben, um eine Erholung zu gewinnen. Erholungen können Sie vollständig heilen, wenn Sie kurz vor dem Ende sind. Das kann ich gebrauchen. Wow! Das kann ich gebrauchen. Guten Tag, Sir. Ein Glück, dass Sie da sind. Hier ist alles voller Hunde. Ich musste hier rein, um sie loszuwerden. Hilfe! Ich kann hier ohne Funkpeilung nicht weg. Die Natterwölfe sind überall. Die Mission hat höchste Priorität von Falco. Wir sollen Navi-Aktivität aufspüren, aber es geht einfach nicht. Beruhigen Sie sich. Was brauchen Sie? Ich brauche ein Signal, aber ich habe das noch nie gemacht. Okay, schaffen Sie es halt zur Basis zurück. Ich würde die Peilung für Sie vornehmen. Im Ernst? Oh Mann, Sie sind meine Rettung. Sie müssen ein paar Meiken nach Nordosten gehen. Da ist es. Alles klar! Ah! Das Signal nördlich der Höhle aktivieren. Freigeschaltet. Was? Geil! Was habt ihr freigeschaltet? Frontsoldatenpack. Neue Waffen und irgendwas komisches. Yeah! Sehr geil! Neue Fähigkeiten im Spielmenü ausrüsten. Ist das das Spielmenü? Ne, Mission. Spielmenü. Fertigkeiten. Ah, und Waffen. Mann, das ist ja cool. Und da kann ich jetzt was Neues auswählen. Zum Beispiel für... Ja, was brauche ich denn nicht? Ich mache einfach mal das Sprinten weg für... Erlittener Schaden wird eine kurzzeit lang erheblich verringert. Von mir aus. Okay, Fähigkeiten. Hier kann ich meine Waffen auswählen. Okay. Ja, ich will aber eigentlich... Das ist die fette Wumme und das ist die Schrotflinte. Ich werde jetzt mal die fette Wumme gegen... Welche Waffe ist jetzt neu? Die hier. Tschsch! Okay, der Schaden ist ein bisschen mehr. Die Angriffsfrequenz ist ultra. Die Reichweite ist auch gut. Die hatte ich vorher, oder? Warte, ich gucke mal. Ich will das... Dings... Äh... Ja, genau. Ordnantgewehr. Okay. Ja... Okay. Ja... Ist ja ganz gut. Tschsch. Na ja, die Reichweite ist nicht so. Okay, ich wechsle einfach mal. Geil. Und das Pandora Pedio ist mir gerade pein gefallen. So, zurücklaufen und das Signal verstärken. Wie gesagt, ich wette... Ich weiß es ja nicht, aber man kann hier bestimmt Millionen Sachen machen. So. Ach du Scheiße. Waffenwechsel. Oh mein Gott, oh mein Gott. Okay. Man kann bestimmt sauviel entdecken und machen. Und Gebiete erkunden. Nach Prozent, Mission, Sidequests. Ich weiß es wirklich nicht. Ich schätze es so. Einfach mal hier lang. Ba, 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 baby girl. Wie komme ich jetzt darauf? Pistole. To wait up for the win. Scheiße. Wie logisch. Was ein Arsch. Hä? Wo denn? Die Knarre ist aber gut hier. Auch wenn der Schuss gerade logisch war. Ich wüsste gerne, wo meine Leben sind. Doch links die Leiste da, oder was? Muss ich gleich mal überprüfen, wenn ich aufs Maul bekomme. Ah, da ist wieder Muni. Da kann ich ja jetzt ein bisschen ballern. Scheiß Pflanze, Mann. Warte, ich teste gerade mal die neue Waffe. Ah, Minigun. Gedrückt halten und dann feuert es erst noch eine Sekunde. Jeha! Ich bin der Oberpenner! Der Ultramacker, der mit der Ultraknack. Richtig geil. Und da bleiben Löcher an der Wand. Das mag ich ja so. Ohne Nachladen. Geil. Äh. Stehe ich genau an der Munition? Nein, da. Ah, springen auf Ahm. Schön, Sie zu sehen. Äh. Äh. So. Ich will wieder Auto fahren. Steig ein, du Idiot! Scheiße! Wie hab ich denn das hinbekommen? Äh. Äh. Ah. Na, komm. Komm. Wie auspacken. 30 Züge. Ey. Das ist doch scheiße. Äh. Wie hab ich denn das geparkt? Gibt's dafür nicht so einen Erfolg? Äh. Oh, da kommen wir auch weiter. Okay. Guck mal, zwei Kugeln für zehn Erfahrungen. Guter Deal. Würde ich die doch nur sehen, die Pfeile. Oh mein Gott. Ja, okay, ja, okay. Äh. 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 Was war denn das für eine Kacke? Nicht jetzt. Zupf, zupf, zupf. Geil wie im Film. Okay, hier soll ich irgendein Signal verstärken. Oh, das geht schneller so. Mission abgeschlossen. Äh. Yeah, Level ab, Mann. Yeah. Yeah. Irgendwas war eingeschaltet. Ah, neue Waffen und neue Fältigkeiten. Ach, ich lass das erst mal so. What the fool? Yeah. Aber das Kampfsystem ist geil. Äh. Klasse. Klasse. Ich bin ja schlecht. Voll erwischt. Nein, ich schlage gerade nach. Ich mach das gar nicht. Ich hasse es auch per Battlefield. Immer werde ich angriffen, wenn ich nachlade. Das mach ich gar nicht. Du Arschloch. Wegen dir hab ich jetzt voll die Muni verballert. Yeah. Der Edelt. Bitch, scheiße, der ist weg. Geil, Mann. Ich weiß jetzt nicht. Ist es Absicht, dass man die Gegner nicht so sieht? Wenn ich was von hinten angreif, merke ich es schon nicht gerne. Wo denn? Ich seh niemanden. Du verarschst mich doch. Ah, da. Au. Yeah. Ja, so läuft das, Mann. Du willst dich doch verarschen, du Idiote. Was willst du? Ja, genau so. Ey, komm, jetzt. Wenn du endlich Wölfe, dann tue ich hier mich jetzt abruhigen. Ja, gesagt. Arschloch. Junge, ich laufe einen Kilometer um mich selbst, ey. Pflanze. Oh, Mann, ey. Ich strehle jetzt die Kamera nicht durch. Das ist doch schlecht, Mann, ey. Ich seh niemanden. Ach, fuck you. Ich geh weiter. Oh mein Gott. Es geht viel schneller als Laufen. Jö. 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 Was sie denken müssen. Halten sie RB um die Umgebung zu. Was bringt mir denn der Scheiß jetzt? Analysieren. Das ist ja geil. Da kann ich jetzt so spastis analysieren, ey. Wie fett. Analysieren. Sicherheitsupdates von Glückwunsch. Ah. Äh. Wie geil. Soldat. Der mir egal ist. Ja, da kann ich ja jeden Dreck analysieren. Und das ist ja dann wieder ein Pandopedia. Eine Leiter? Ne. Nix mehr sonst. Oh mein Gott, ey. Was ist das überhaupt hier für ein Shit? Oh mein Gott. Huh. Äh. Hallo. Ja, kaum kommt ich hier. Stehen in den Saal auf und tun, als würden sie arbeiten. Ist klar. Ist klar. Hä? Ein GMI ermöglicht es ihnen, sich zu anderen aktiven GMI's auf der Karte zu teleportieren. Sobald sie zur Verfügung steht, können sie bei der Eroberung XP und Boni aufschaden. und Verteidigung erlangen. Nehmen sie Gebiete erobern. Gebiete erobern. Alles klar. Sag mir, kann gar nichts. Ich nehme das. Und das. Und das. Wie geil. Yeah. Da, 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 da. Oh mein Gott. Au. Wie cool. Belohnung verfügbar. Drücken sie Start. Wo denn? Was für eine Belohnung. Geografie. Blaue Lagune. Ja, ja, ja. Personalaktien. Äh, Akten. Audio-Tagruf. Tag zwei und ich soll Spione jagen. Ach. Ich hör mir doch jetzt nicht so ein scheiß Gelaber an. Hä? Was ist denn jetzt hier tolles Verfügbar? Fertigkeiten oder was? Ultraschall. Was? Die Versuch... Äh, 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 äh. Cool. Waffen. MG Schrotflinte und... Ich wechsel mal das MG, so toll ist es doch nicht. Kronendwäffer! Ah, das ist ja schön. Ja, Mann. Das Teil sieht ultra aus. Uh, okay, das links sind echt meine Leben. Glaube ich. Ah. Äh. Äh. Ja. Jö. Kendra ist in der vorgeschodenen Basis. Fahren Sie mit einem Gartorenfluss aufwärts, um Sie zu treffen. Fickte Presse! Fickte Presse! Fickte Presse! Fickte Presse! Fickte Presse! Fickte Presse! Kenra hat sich nach Südenhoff gemacht. Finden Sie sie! Tut mir leid für die kurze Pause. Hä? Warum ist der Fleck jetzt rot? Ah! Hä? Hä? Eroberung. Teleportieren. Äh. Ja. Was heißt das? Warum leuchtet das rot? Warte. Rot gleich GMI. Ach so, das war Teleporter-mäßig. Und ich muss da unten hin. Tschüss! Hä? Und das ist so eine GMI-Zone? Die ich erobern kann. Oder was? Und da ist es ein Fahrzeuger? Womit ich dann... Ach du Scheiße. Hä? Kann ich mich jetzt nicht dahin teleportieren? Oder heißt es nur... Ja genau. Weil ich nichts erobert habe. Geht's nicht. Alles klar. Ich hab's schon verstanden mit den Gebieten. Okay. Ähm. Ich will das Fahrzeug. Hup! Na komm! Tschst! Tschst! Jö! Ah! Ah! Meine Milz! Oh! Hey cool! Einen schnellen Blick hinter sich. Tschst! 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 Ah! Wo war ich lang? Oh! Ne! Nein! Das war kacke. Ne! 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 Ins Wasser gekickt. Hup! Buh! Gib Gas hier! Hup! Was war das für ein Antiloma? Nah- ONE surf Phikopter Ernehmlich ist hier was cool ist So, Dings, äh, Pandopedia, eroberungsmäßig, nein, die Entdeckung meines Lebens, mein Traum, nein, gar nichts, hm, ist mir auch scheißegal, na klar, ich kann's wieder ins Wasser kicken, das blöde Ding hier jetzt, äh, ja, äh, 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 juhu, ja, Wasserspaß, erster Vorposten, ja, dann, was, äh, war das ein Typ? Ich hab's jetzt gar nicht, ja, gar nicht drauf geachtet hier, äh, ne, guten Tag, was hast du da? Nein, fuck dich, so ist gut, guck nicht da durch, halt's Maul, äh, du, Moment mal, hast du mich grad beleidigt? Ich zeig dir, wie ich durch das Bildung kam, ja? Arschloch. Hat das automatisch nachgeladen? Ne, was ist denn, Kack. Ich bin gleich bei Ihnen. Was ein Idiot. Keine Ahnung, wissen, was, wie sich bei Dorten melden. Ah, ne, die will's nicht wissen, die will das nämlich nur, sondern, scheiß drauf. Alles klar, ich bin auf dem Weg. Einfach in das nächste Gebüsch geschmissen, ey. Uah, 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 wie er sich hier rumschmeißt, ey. Schön, Sie zu sehen. Hey, Ryder, anscheinend gibt es immer Ärger, wenn wir uns sehen. Wir haben Lücken im Zaun und eine Lücke kann nur eins bedeuten. Natterwölfe. Genau, ich überprüfe den Nordzaun. Gehen Sie zum Südzaun und überprüfen Sie die Schallimpulse. Die sollten eigentlich die Tiere abwehren, nur dass sie jetzt aus irgendeinem Grund die Tiere anziehen. Sie müssen das wieder in Ordnung bringen. Warum ist Anziehen groß geschrieben? 4000 XP? Gerne. Du hast drei Punkte über deinem Kopf, dass ich würde da zum Arzt gehen. Nicht anfassen! Das ist cool. Eigene Leute abschießen. Warte, warum habe ich jetzt zwei Ziele? Da und da. Was soll's? Ich mache erst das da, das ist näher. Hup, 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 hup. Was ist da lila? Will's wissen? Äh. Äh. Dann eben nicht, ist mir auch egal. Ich wollte es sowieso nicht wissen. Oh mein Gott. Fast ins Wasser gesprungen. Hup. Hier wird man ja begrüßt. Ja, 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 ja. Äh. Ich schieße es leere. Oh, scheiße. Oh, scheiße. Äh, fuck. Bin ich am sterben? Sie können sich mit einer Fertigkeit heilen. Weiß ich. Wie hab ich jetzt... Wie hab ich jetzt... Das wollte ich gar nicht. Hä? Ich hab nach... Da gedrückt. Je... Äh. Achso, das ist ein Kack. Hm. Schön, Sie zu sehen. Warum sagt der das immer, dieser Idiot? Äh. Wo muss ich jetzt hin? Hier irgendwo. Hä? Ey, ich steh mittendrin, Mann. Hä? Da hoch, oder was? Äh. Hä? Ja, klettern oder was? Hä? Hunde pfeifen. Wollen die mich verarschen? Die Zäune wurden durchbrochen. Um die Reparatur halten sie die Tiere nicht mehr fällen. Achso, äh. Polkner hat sie gebeten, das Gebiet zu patrouillieren und die... Wie repariere ich denn den Scheiß? Hä? Hier ist ja gar nichts zum Reparieren. Woll ich verarschen? Ich wurde verarscht. Von einem Profi. Der Wichs hat mich in das Licht geführt. Hier ist nichts zum Interagieren. Bin ich zu blöd? WTF? Hallo? Ich check's echt nicht grad. Patrouliere ich eben. Hunde, äh. Ist das jetzt schlimm? Böse? Tödlich? Sonst was? Feinde? Ich weiß nicht. Yay. Ah, da oben ist was cooles. Höh. 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 Ich sollte das Messer mitnehmen. Wäre eine gute Idee, ja, stimmt. Ja. Was ist denn hier jetzt? Ah. Mann. Im Ernst? Was soll denn der Scheiß? Hä? Ich nehme das. Alter. Egal, wir werden es im nächsten Part erfahren. Schalte wieder ein. Bis dann. Bis dann. Hier ist es.